Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Haunted und ja, ich wollte euch auch nochmal kurz zeigen, nämlich im Menü, da sehen wir jetzt Oscar und William auch, die waren ja vorher nicht im Menü eingeblendet, aber jetzt nachdem sie unsere Gefährten geworden sind, sehen wir sie auch da und ja, ich habe mir meinen letzten Part nochmal angeguckt und dann hat Mary was sehr interessantes gesagt, Nämlich, sie hat gesagt, dass dieses Stopfei aus einem bestimmten Grund den Hühnchen nicht gefällt und zwar Darauf fallen sie nicht herein, vor allem die Farbe ist noch nicht so toll Vor allem die Farbe ist noch nicht so toll und ich habe doch aber hier Theaterschminke, vielleicht geht das ja damit, habe ich mir dann gedacht, schauen wir mal Sieht aus wie ein richtiges Hühnerei Gezinktes Hühnerei Wir müssen ja immer noch an diesem Hahn hier, an diesem verliebten Hahn vorbeikommen, der hier so auf diesem Singvogel steht Ähm, hässliches lahmes Huhn Perfekt, nur sollte ich es irgendwo hinlegen, dann könnte ich es fangen Ah, Moment, das ist glaube ich relativ offensichtlich Hallo ihr Hühnchen Ups Seid ihr hässlich Kein Wunder, dass kein Hahn in der Nähe ist Kein Wunder, dass kein Hahn euch kräht Aber ich würde sagen, dass die Hütte hier Darin brüten die Hennen wohl die Eier aus Momentan ist aber keins zu sehen Aber gleich Putt, putt, schaut mal was Tante Mary hier für euch hat Tante Mary Das tun sie tatsächlich nach dem Ei Da bin ich auch sehr überrascht, ja Äh, Huhn in der Hühnerfalle Ha, hab ich dich Ha, hallo Hühnchen Hässliches Huhn mit Muttergefühlen So, und dir kann ich doch jetzt bestimmt den Feterschmuck aufsetzen, oder? Jetzt sieht es doch prächtig aus So, und wenn ich dich jetzt mit dem Hahn kombiniere Mit dem nymphomanischen Hahn, Verzeihung So, du Biest, dann schau mal, was ich hier hübsches für dich habe Ha Sehr gut, Mary, ich geh mal vor Bin gespannt, was uns erwartet Ich allerdings auch, Oskar So Wir haben hier noch ein paar Sachen Okay Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich hier Nymphomanische Hahn kann ich Ein ausgesprochen hübscher Vogel Er scheint dem Hahn den Kopf verdreht zu haben Tja, aber Wir haben das Ganze jetzt Beendet, diese Romanze So, Mary Aufs Dach mit uns Wir steigen hier aufs Dach Da ist ein unnützes Huhn Da ist auch noch ein unnützes Huhn So Können wir denn jetzt hier zum Fenster einsteigen Das können wir Ein Moment noch Dieses alte Spielzeug lasse ich lieber hier Welches alte Spielzeug? Oh Ein gemütlicher Ort Das war wohl mal der Krankenraum des Theaters Ein lauschiges kleines Plätzchen Er erinnert mich ein wenig an zu Hause An mein ehemaliges Zimmer Hey Wir könnten ihn doch als Kommandobrücke nutzen Und von hier aus unsere nächsten Schritte planen Dann musst du auch nicht mehr auf der Straße schlafen Eigentlich will ich gar nicht an zu Hause erinnert werden Ich glaube das Ganze war eine dumme Idee Lass uns wieder gehen Augenblick mal Süßwasser Pirat Zuerst heulst du mir stundenlang die Ohren voll wegen deiner Schwester Und dass wir sie unbedingt finden müssen Und jetzt willst du einfach so abhauen Ohne ein Wort der Erklärung? Du verstehst das alles nicht Ich bin schuld am Tod meiner Schwester Beim heiligen Dudelsack Ich habe meine Familie zerstört Mit dieser Last auf meinen Schultern konnte ich nicht weiter bei meinen Eltern leben Also habe ich mich für ein Leben auf der Straße entschieden Verstehst du jetzt? Ich verdiene, dass alles so ist, wie es ist Jetzt hör mal gut zu, Landratte Ich erkläre das jetzt nochmal Damit auch dein kleines in Selbstmitleid versunkenes Köpfchen mitkommt Der Geist deiner Schwester hat dich gerufen Sie braucht Hilfe Und sie will sie von dir Oder um es anders auszudrücken Wenn du das hier jetzt auch noch vermogst Dann gibt es wirklich keine Hoffnung mehr für dich Also Kopf hoch Gemeinsam können wir das schaffen Kapitän Oskar ist an deiner Seite Und William ebenfalls Ja leider Wahrscheinlich hast du recht Na also Und jetzt lass uns erstmal die Tür da drüben aufmachen Und das Orakel aufsuchen Das wird uns sicher weiterhelfen können In Ordnung Und eigentlich finde ich das Zimmer gar nicht so übel Wir werden es als Ausgangspunkt für unsere nächsten Schritte nehmen Ein guter Entschluss Und Oskar? Ja? Danke Das hat noch nie jemand zu mir gesagt Äh, ich meine Niemand, der es so kurz meiner Crew angehört In der Zwischenzeit Nett, sehr nett Oh, wir erfahren jetzt mehr von Mary Ah, in der Zwischenzeit Sie sehen gut aus, Ethan Weil ich mir neue Kleider angezogen habe Ihre neuen Kleider sehen aus wie Ihre alten Kleider Ich mag den Stil Und wo ist die Kiste? Die Kiste? Naja, irgendwo werden Sie den Kopf des Mädchens schon reingepackt haben, richtig? Also, ich war diesem Mädchen auf der Spur Bloß auf der Spur? Professor, glauben Sie mir, sie war allein Und sie saß bereits in der Falle Und sie ist trotzdem entwischt? Also auf einmal, da hat etwas meine Axt gepackt Aber ich konnte nichts sehen Und ich wurde in die Luft geschleudert Und das hat Ihnen so viel Angst gemacht, dass Sie die Kleidung wechseln mussten Wie eklig So ganz war das nicht Sie sind wirklich für gar nichts zu gebrauchen, Ethan Was schlussfolgern Sie aus dieser Begegnung? Schlussfolgern? Naja, ich weiß nicht recht, was Sie meinen Ethan, wenn man eine Stubenfliege mit einem Tischbein kreuzen würde, hätte das bemitleidenswerte Resultat noch mehr Vorstellungskraft als Sie Wonach suchen wir denn die ganze Zeit, na? Geister Sie meinen, ein Geist hat mich? Ist der Penny endlich gefallen? Ich sagte doch, dass Sie mir früher oder später glauben würden Bleiben Sie an dem Mädchen dran Es scheint Geister geradezu anzuziehen Ich brauche die Energie dieser Geister, bevor es für mich zu spät ist Ich bin so kurz davor, das Rätsel der Seelenübertragung zu lösen Aber ich brauche mehr Tests, mehr Energie Liefern Sie mir diese Energie, Ethan Verfolgen Sie das Mädchen weiter und finden Sie heraus, ob es noch andere Quellen gibt, wo wir unsere Schnapper mit Geistern füllen können Natürlich, Professor Ashcroft Oha, oha, die Ashcroft plant was Großes Ah, okay, ich kann mich bewegen Gut, ich habe hier mein ganzes Inventar draußen gelassen Okay, dann würde ich mal sagen, äh, als erstes unterhalten wir uns mal mit unseren Kollegen hier Äh, mit dem lieben Oscar mal als erstes Komplizierte Lage Wieso? Wir müssen nur irgendwie runter zur Bühne und nach dem Orakel suchen Ja, aber wie? Warum nochmal nehmen wir nicht die Tür? Ach, Krum, so einfach kann es doch nicht sein, oder? Schwert eines Schwertschluckers Sieht schön aus Ist aber nur eine Requisite Scharf ist es nicht Ach, zum Glück Äh, William Ich finde es hier ganz gemütlich Bist du schon weitergekommen? Ich arbeite daran Ja, das so böse hat es der William ja nicht gemeint Moment, halt, was war da? Feder des Sofas Jetzt kann man sich wieder gefahrlos hinsetzen Okay Will sie aber erstmal nicht Gut, hier weiter nach vorne geht es nicht Dann haben wir jetzt hier Oh, eine Kurbel Oha Was ist das? Ich glaube, ich habe ihn aufgeladen Was auch immer Er ist geladener Defibrillator Oh Das Gerät ist immer noch aufgeladen Okay Volle Bettpfanne Äh, achso, durch Regenwasser volle Bettpfanne Gut Puh Äh, hallo Mary Was da wohl für eine Flüssigkeit drin ist? Aber ich kann sie nicht, äh, nehmen Okay Schranktür Das sieht aber nach einem sehr Geisterhaften Schrank aus Oder ist es nur Glas hier? Schranktür Aha Schublade Schublade Äh, übermäßig große Spritze Scheint wirklich so eine Art So, die wohl eigentlich benutzt wird? Muss man ja nicht alles wissen Ja, es scheint wirklich eine Art Krankenzimmer zu sein Ich wollte schon sagen Krankenstation So, hier ist aber sonst nichts mehr Oder? Ne Was haben wir hier? Über Die Puppe ist umgefallen Übungswerkzeug für Schwertschluckeranfänger Kann denn Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt Und deshalb kann es auch meine nicht berühren Schade Ich wollte da mal ein bisschen üben So, was haben wir denn sonst noch? Hier oben ist der Himmel Eine unkomfortable Dachluke Keine gute Sache Wenn man an das Wetter in London denkt Äh, wohl wahr Wohl wahr Extrem unauffälliger Türspalt Extrem unauffälliger Türspalt Aha So, ich kann hier auch wieder raus Wusste ich's doch Die Tür ist natürlich verschlossen Mal sehen, ob ich etwas durch das Schlüsselloch erkennen kann Da ist ein Schlüssel Aber natürlich Der Schlüssel steckt von der anderen Seite Ja Ja, ja Der alte Trick mit Durchstoßen und dann von unten rausziehen Wäre doch jetzt ganz cool Also irgendwas Rutschiges unten durch Habe ich denn da nicht irgendwas? Defibrillator Was kann ich mit dir machen? Defibrillator Das Gerät ist immer noch aufgeladen Nochmal kurz gucken Nimmungswerter Verschwärtsschlucke Anfänger Hm Also ich hab mal hier Moment mal Das ist der Schlüssel Ausgang zur Bühne Machen wir mal so Machen wir mal den unauffälligen Entschuldigung Den extrem unauffälligen Spalt Türspalt Das ist ja ein mächtiger Spalt unter der Tür Ja Also das heißt Vielleicht brauche ich da ja gar nichts Ah Mit der Spritze Vielleicht brauche ich da gar nichts zum unten durchschieben Vielleicht geht das auch direkt mit der Hand dann Hm Aber sie sagt nicht, dass es Unsinn ist Hier hilft mir die Feder nicht weiter Das Schwert Ich brauche etwas Schmaleres Gute Idee Der Schlüssel ist aber zu weit weg für das Schwert Ich muss einen anderen Weg finden Um ihn durch den Türspalt zu bekommen Hm William Ich finde es hier ganz gemütlich Bist du schon bei Ich arbeite dran William Kann ich den William mit dem Türspalt Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt Und deshalb kann es auch meine nicht berühren Also ich hab jetzt gerade gedacht Dass der William vielleicht Weil er durchlässig ist Durch die Tür durch kann Das kann er bestimmt Aber er kann dann nichts anfassen Kann der William Das kann er auch nicht Kann der Oskar das machen Hier Ah Oskar kann da was machen Irgendwie scheint nichts besonderes mit mir zu passieren Ach nö Oder auch doch nicht Oder auch doch nicht Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten Ich mache nicht jeden Unsinn mit Ja aber der Oskar soll mit dem hier was tun Ähm Geladener Defibrillator Ich versuche mal hier irgendwie was mit dem Defibrillator zu benutzen Hier hilft mir die Feder nicht weiter Das Schwert Ich sollte vorsichtig mit dem Schwert sein Die Spritze ist für die Tür Aber dennoch Mit dieser alten übergroßen Spritze Kann man zwar einen schönen Strahl erzeugen Aber der hilft mir hier nicht Ach Moment Kann ich denn die Spritze aufladen hier Ah Nun ist die Spritze voll mit Wasser Ich möchte nicht genauer darüber nachdenken Muss ich jetzt die gefüllte Spritze Durch das Schlüsselloch durchpusten Tatsächlich Flatsch Hey ich habe den Schlüssel aus dem Schloss geschossen Nur wie komme ich jetzt dran So könnte das Schwert mir jetzt helfen Gute Idee Der Schlüssel ist aber zu weit weg für das Schwert Ich muss einen anderen Weg finden Um ihn durch den Türspalt zu bekommen Kann ich Schwert und Feder Ah Ich habe eine Spule gebaut Eine Spule Und die muss ich jetzt wahrscheinlich Elektromagnetisch aufladen Und dann den Den Schlüssel mit dem Magneten ranziehen Sehe ich das richtig? Schon nicht schlecht Aber ich sollte die Spule erst an einer geeigneten Stelle platzieren Und dann schauen wie ich sie unter Strom setzen kann Aha Eine geeignete Stelle Kurbel Kurbel Das Gerät ist immer noch aufgeladen Die Spule sollte ich so platzieren Dass sie mir irgendwie mit dem Schlüssel hilft Ja aber ich habe da nix Ne da hilft es nix oder? Eine Spule hilft hier nicht Ne Da unten Eine Spule hilft hier nicht Eine Spule hilft hier nicht Hmm Oskar Sagst du was zur Spule? Eine Spule hilft hier nicht Kann Oskar mit der Spule? Ich bin ein Pirat mit besonderen Fähigkeiten Ich mache nicht jeden Unsinn mit Schon klar Oskar Die Puppe ist umgefallen Moment mal mit der Puppe vielleicht kombinieren Mit der Puppe Hallo mit der Puppe Ein Schwertschlucker Naturtalent Die Spule passt perfekt So Und jetzt muss ich doch irgendwie Oskar Komplizierte Lage Wieso? Ja aber wie? Warum? Ja hier Zweckentfremdeter Schwertschlucker Puppe Ich will nicht wissen was passiert Wenn die Spule ihrer Aufgabe nachkommt Kann ich den Oskar mit dem Defibrillator benutzen? Oskar? 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 Das ist aber nichts für leicht Matrosen Jetzt habe ich einen aufgeladenen Oskar Und kann ich den jetzt hier mit dieser Puppe Jetzt aber Oskar? Hierher Ich bin gespannt Ich auch Ah Schön Und da ist der Schlüssel Brrr Endlich hat die Kizzelei aufgehört Die Musik ist auch einfach zu schön Äh ja Schlüssel mit Schlüsselloch benutzen Natürlich Aha Gehen wir durch Gang zum Innenraum Dun 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 Coole Musik Hinter diesem riesigen eisernen Vorhang Ist die Bühne Das Orakel Dahinter hat es eine Menge Leute erwischt Ich könnte den Vorhang mit Leichtigkeit hochheben Mach dich lieber nützlich Riesenbaby Okay Dahinter hat es eine Menge Leute erwischt Verstehe Hebel Hier sind ein Haufen Hebel Haben wir sonst noch was Das ist William Oskar Beweglicher Scheinwerfer Was kann ich denn mit dem beweglichen Scheinwerfer machen? Ich sollte etwas anderes versuchen Hm Noch nichts Schauen wir mal ob die Hebel Strom haben Hebel Ach ich kann ich nur anschauen Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück Okay Hier dran hängt eine wichtige Requisite für das Theaterstück Kann ich nur Das wurde nicht von der Hand des Todes berührt Und deshalb kann es auch meine nicht berühren Okay Oh halt Da ist noch was Oder? Das ist nur Ach hier kann ich rüber laufen oder? Aha Haben wir hier irgendwas? Ich mach mal die Hotspot Anzeige Oha Kronleuchter Er hängt genau über der Mitte der Brücke Aber er ist unerreichbar für mich Hm Er hängt genau über der Mitte der Brücke Aber er ist unerreichbar für mich Ich geh auch nochmal zurück Und benutze die Hotspot Anzeige Der Scheinwerfer Was könnte denn Den muss ich irgendwie anmachen oder? Wahrscheinlich Ich sollte etwas anderes versuchen Oskar Reden wir mal mit dir so direkt Von Freundin zu Freund Hinter diesem riesigen eisernen Vorhang ist die Bühne Hm William Was meinst du? Bist du schon weiter gekommen? Ach William Wenn es doch nur so einfach wäre Dann gehen wir mal rüber Da habe ich gerade vorhin noch eine Tür gesehen Lauf Mary Lauf Noch ein Scheinwerfer Ach da geht es noch weiter Halt 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 Geht es da runter? Schutthaufen Hier scheint eine Menge Dreck heruntergekommen zu sein Als das Theater eingestürzt ist Hm Hier scheint eine Menge Dreck heruntergekommen zu sein Als das Theater eingestürzt ist Ah ok Hier geht es nicht weiter Mary Ok Dann versuche ich mal hier Da irgendwie durch die Tür Ah Treppen Zur Bühne Woha Das war mal aber eine Reiseaufgang zum Balkon Ja gut Ist das hier der eiserne Vorhang? Ah ja Eiserner Vorhang Da steht es Hm Anschauen Wow Oh je Es sieht so aus Als hätte der Vorhang Einige Schauspieler unter sich zermahlen Hm Ja das ist das was der William wohl gemeint hat Mit Hier hat es einige erwischt Und er könnte das locker hochheben Das werden wir ihn dann auch mal versuchen lassen Ok Aber mehr kann man jetzt hier nicht machen Das ist wohl der Rest vom Orchestergraben Gut Leute Dann würde ich aber sagen Wir versuchen den Oh ja Hier sieht man Einen Spalt Und hier leuchtet es Aha Aber kann man nicht durchschauen Oh je Ja ja Es sieht so aus Als hätte der Vorhang Einige Schauspieler unter sich zermahlen Gut Leute Dann versuchen wir aber Diesen eisernen Vorhang Im nächsten Part von Let's Play Haunted Zu lüften Also Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao